Crossbody Position. Als erstes nehme ich Denise Ellbogen ein bisschen runter, damit er nicht mein Kinn drüber drückt. Leg meinen Kopf seitlich, so dass ich hier Spiel habe. Bring meine Füße raus, folge mit meiner Hüfte meinen Füßen und drehe mich auf die Seite. So kriege ich meinen ersten Frame hier rein, gehe in eine Brücke, bringe meinen Arm unter den Nieshals, nehme meine Hüfte weiter raus, so dass ich so viel Platz habe, mein Knie hier wieder rein zu bekommen. Bringe mein Knie unter den Nies so weit durch, dass ich es drüben auf der anderen Seite rausziehe und lande im Closed Rout. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020